Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 3. Hier oben bei Thales haben wir dann den Zugang zum DLC, zum letzten DLC hier. Und zwar ab ins Psycholand. Ich bin mal gespannt, wird glaube ich ganz witzig werden. So, startet ein Psychokrieg, der fantastische Fasta-Cluck. Achso, und der fantastische Fasta-Cluck. Alle Spieler müssen es bis zum Mission abschließen. Okay. Neutralen Ort des Eils reisen. Ich habe einen auf der Galaxis-Karte markiert. Bring die Sanctuary dorthin und wir können beginnen. Okay, dann schauen wir doch mal. Leben brauche ich im Moment nix. Jo, wenn ich nochmal jemanden dabei erwische, dass er den Belüftungsfilter als Flaschenöffner benutzt, werfe ich ihn aus der Luftschleuse. Echt jetzt? Ja, ja. Ist ja schon okay. Guck mal, ein bisschen Geld haben wir noch gefunden. Immerhin. Gut. Dann zum Kriegsverstand. Instabiles Bewusstsein, okay. Hey, komm doch, lass uns abhängen. Alles klar? Hm? Hehehe. Cool, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe eine Landekapsel mit einer neutralen Digimatrix-Schnittstelle versehen, mit der du direkt in den speziellen Geist des Subjekts springen kannst. Du schickst mich direkt an das Gehirn einer anderen Person. Das klingt nicht sehr wahrscheinlich. Tu dir bitte nicht weh beim Versuch, es zu verstehen. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie lässt sich von unmöglichem Schwachsinn nicht unterscheiden. Los jetzt. Wow. Es ist vorbei. Du hast es geschafft. Wie gut fühlt sich das an? Ziemlich eigentlich. Hat nicht lang gedauert, bis Marcus mir Ladenverbot gegeben hat. Blöd für ihn, ich habe sein Vorhängeschloss mitgenommen. Jetzt komme ich nicht rein und er nicht raus. Du schaltest am Boden ein paar Banditen aus? Ich sorge hier oben für die Sicherheit. Ha! Ich habe die Welt in eine Festplatte gestoppt und auswerfen lassen. Händ sie auf, Kammerjäger. Äh, was? Gut. Dann hätten wir das soweit. Also gut. Ab zur Landekapsel. Das ist cool. Hier war, glaube ich, warte mal... Ich glaube, hier war auch nichts Interessantes mehr zum Ausschmücken, obwohl wir im letzten Jahr noch einiges gekauft haben. Ja. Hier war, glaube ich, auch nichts Wichtiges mehr drin. Okay. Dann ab zu Ellie. Die letzte DLC steht an. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Oh. Was geht durch den Kopf eines Psychos? Meist etwas Rostiges und Schaumers. Aber was ist mit ihren Gedanken, ihren Erinnerungen, ihren Träumen? Ich habe die Psychos auf Pandora jahrzehntelang studiert. Und ich glaube, sie alle haben etwas gemeinsam. Eine Idee, so mächtig, dass sie jeden Verstand bricht, der sie enthält. Ich nennen sie Kammerhalla. Das ist Krieg. Ein Crimson Raider. Ein Freund. Und besonders wichtig für heute, ein Psycho. Sag Hallo, Krieg. Maden winden sich in den Eiter. Kommunikation ist nicht seine Stärke. Sie wäre auch nicht deine, wenn dein Geist wie seiner wäre. Um Antworten zu finden, müssen wir sie also selbst suchen. Wie wird man zu einem Psycho? Was befindet sich in Kammerhalla? Finden wir es heraus. So, alles klar. Dann ein Wiedersehen mit Krieg. Wenn auch, ähm, ja. Etwas unerwartet. Hm, Moment. Ich glaube, du bist ein gutes Stück. Weniger, ne? Jo. Da bringt doch die bessere Ladeverzögerung nix. Sieht aber ganz hübsch aus. Möchte man gar nicht so erwarten. Die Kreischweide. Okay. Hallo, ich spreche mit dir über meine selbstentwickelte Brainlink-Technologie. Patentverweigerungseinspruch ausstehend. Wie sieht's da drin aus? Das ist das Gehirn eines bösartigen Raubtiers. Tennis, bist du sicher, dass ich am richtigen Ort bin? Ich glaube nicht, dass ich mich geirrt habe. Sowas passiert mir nicht. Wieso fragst du? Was siehst du? Hahaha. Krieg, denn kann im Fliegen, dem Dreck verrotten. Ah, das passt. Keine Angst, Tennis. Das ist der richtiger Ort. Das ist okay. Süß. Sie passt halt überhaupt nicht. Oh, du bist ein bisschen Badass, alles klar. Deswegen geht's ein bisschen weh aus. Dich zurückhalten. Immer und Anschlag. Wir schnick noch. Schreif grob durch die blutige Waffe. Haha. Kannst du mich sehen, Tod? Oh ja, läuft. Läuft. So. Gibt's auch noch so ein bisschen? Ändern wir das mal. Ich weiß nicht, wer du bist, aber die Willkommensparty meines Freundes hier würdest du nicht überleben. Es gibt einen Ort, an dem wir reden können. Okay. Ich bin auf der anderen Seite. Hier ging das ja eigentlich ganz gut. Ja, das sehe ich auch so. Na, dann mach's mal gut. Oh. Dabei hat er so viel Spaß gehabt. So, aber cool, dass hier irgendwie alles wieder einfriert. Das tut mir wirklich leid. Der Durchgeknallte kontrolliert mittlerweile fast alles. Der Rest dieses Ortes ist ziemlich am Arsch, aber hier drin lässt er mich in Frieden. Hier bist du fürs Erste sicher. Fürs Erste halt mal. Okay, was gibt's hier Schönes? Wenn wir schon gemeinsam hier drin festsitzen, können wir uns auch die Zeit vertreiben. Ich kenne deinen Witz. Bereit? Kranke Ablenkung. Gut, dann mal los. Warum ging das Gag über die Straße? Muss jagen. Sie locken bei den Schatten. Ausweiten. Ein Bauch voll mit Kohle. Ein Festball. Hier sind keine Skags. Es ist dein Witz. Eine Phantomjagd. Genau, rein imaginär. Wie ein Märchen. Also, warum ging das Gag über die Straße? Weil Schatten frisst. Ah. Ich glaube, das wird nix. Heiligtum des klaren Geistes. Okay. Dann bedienen wir uns hier mal schnell. Wäre hier irgendwas interessantes. Du machst auch weniger Schaden. Du machst auch weniger Schaden. Ja, aber das sehe ich ja alles. Wandler. Ja, gut. Hub-Area. Von daher macht das ja schon irgendwie Sinn. Okay. Reden wir mal. Willkommen in meinem Zuhause. Ich bin es nicht gewohnt, Gäste zu empfangen. Also, wer bist du? Mich nennt man Flag. Wer bist du, wenn du nicht Krieg bist? Nun, ich bin ebenfalls Krieg. Zumindest der Teil, der weiß, wie man mehr als eine kreischende Killermaschine ist. Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Tennis hat mich auf diese verrückte Reise geschickt, um zu erfahren, was Psychos zu Psychos macht. Sie nennt es Kammerhalla. Tennis, ja? Hätte ich mir denken können. Sie will wissen, warum Irre so irre sind? Das frage ich mich auch. Aber ich glaube, er will nicht, dass ich es erfahre. Siehst du das? Wenn es dein sogenanntes Kammerhalla wirklich gibt, dann gewiss da drin. Er hält mich schon davon fern, solange ich denken kann. Vielleicht kannst du dich hineinschleichen. Versuch's mal. Ja, ich glaube, das wird ja nicht gehen. Oder wir haben da noch ein sehr kurzer DLC. Hm? Können wir zumindest mal hier noch kurz reinschauen. Ja, aber gut. Munition haben wir genug erst mal. Da könnte noch Geld drin sein. Jawohl. Eine Horde bedrohe nie. Ich bin ein Palindrom. Ruhig, Brauner. Der Kammerjäger sieht sich noch um. Dir die Ohren abschneiden! Ja, ja. Schon verstanden, du Drama Queen. Was ich alles geben würde, um den Penner loszuwerden. Du bist meine eigene blutige Amputation! Schön, dass wir uns verstehen. Vielleicht verschwinde ich einfach mit dem Kammerjäger. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Denk drüber nach. Wenn Tennis dich hier reinbringen kann, kann sie mich vielleicht auch hier rausholen und in einen Roboter-Körper stecken oder so. Das wäre cool. Solange ich den Wichser nicht mehr ertragen muss, wäre ich auch damit zufrieden, ein Klumpen in einem Mayonnaise-Glas zu sein. Hm. Tennis, kriegst du das hin? Oh, absolut! Man kann den menschlichen Verstand auf einer Speicherkarte von der Größe einer Briefmarke speichern. Ich hab ne ganze Schublade voll davon, aber ich suche fix das gewünschte Mayonnaise-Glas. Hey, hörst du das? Du musst unserem Gast nur die Tür nach Kammerhala öffnen und schon bekommst du, was du schon immer wolltest. Du bist mich los. Für immer. Schneide die Kette in Rassiermesser-scharfe Armbetter! Lass die Klinge tanzen! Klingt, als wäre er genauso froh, mich loszuwerden wie ich. Also gut, wo sind die Schlüssel? Verlorene Ruinen! Soll das heißen, du hast sie verloren? Natürlich. Warum rede ich überhaupt mit dir? Poliere den Kelch! Bring den Spucknapp zum Glänzen! Erschaffe Spiegelbilder von Monstern! Okay. Er meint, wir müssen sein... mein... unser Hirn durchforsten und die Teile seiner Statue finden. Wir brauchen eine Bass-Axt, einen Panzer-Handschuh und eine Maske. Mwahaha! Der kreischt die Dosenwäfter! Hm, okay. Eine rote Kugel. Ah, eine Kugel. Wofür ist sie gut? Jage den Fleischmann! Gerne. Ja. Da wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gibt der Baby seinen Milchknochen! Gut, oder wir platzieren es halt einfach. Hm. Da lang geht's zu einer alten Erinnerung. Zumindest früher, bevor dieser Penner alles kaputt gemacht hat. Hoffentlich magst du schräges Zeug, Kammerjäger. Dafür bin ich da. Also gut. Wo fangen wir an bei deiner kleinen Schnitzeljagd? Der Richterhammer! Du hast ihn gehört. Die Bass-Axt der Statue muss irgendwo da drin sein. Holen wir sie uns. Okay. Sehr cool. Was wollen wir denn an Marken gerade? Schusswaffenschaden? Gerne. Nehmen wir mal mit. Castle Crimson. Hey, ich erinnere mich. Lilith schickte uns auf eine Mission, um eine K-D-K-Festung anzugreifen. Hör zu, das könnte ein ziemlich brutaler Ritt werden. Du solltest dich ausrüsten. Sieh in der Kiste da vorne nach. Ich sehne mich nach dem Ruf des Schlechters. Er freut sich darauf, diese Bass-Axt zu bekommen. Okay. Funktioniert diese tolle Beute auch in der echten Welt? Oh ja, sie wird einwandfrei funktionieren, solange du dich dauerhaft auf die Verleugnung ihrer nicht unbeständigen Anti-Existenz konzentrieren kannst, natürlich. Wenn man die Fixierung der Psychos auf den Krieg in Betracht zieht, müsste Kammerhala komplett überhäuft mit Waffen aller Art sein. Da kann man sich darauf freuen. Nun, ich schätze, wir sollten jetzt los. Immer weiter. Es ist sinnlos, zurückzublicken. Suchen wir diese Bass-Axt. Elendes Gemetzel! Komm, komm. Ich tausche mir das gerade mal aus. Ist hier noch irgendwo... Nee. Weil die war ja doch schon relativ wertvoll, die Knarre hier. Woher das mit dem Korrosionsschaden ist, glaube ich, besser, ne? Na komm, Korrosionsschaden haben wir so. Da können wir verkaufen. Sehr schön. Ich hab Kugeln mit deinem Namen drauf. Im Moment, so war das nicht gemeint. Immer gerne kam es. Jawohl. Mal gucken, dass wir noch irgendwie ein Echo oder sowas für uns anhören könnten. Nö. Alles klar. Dann geht's in der nächsten Folge hier mal durch die Tür. Mal schauen, was diese Festung für uns bereithält. Ich betanke mich fürs Zuschauen. Hoffen wir, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.